Sie kommen aus Nordholm? Genau. Wir sind hier in Aumlau und Sie gehen zurück mit Kano. Wir fahren mit Kano zurück, ja. Sie fahren mit Holländer mit? Bitte? Sie fahren mit Holländer mit? Genau. Ich fahre das Wochenende mit und freue mich noch aufs Grillen, genießen das schöne Wetter. Bier ist an Bord, es kann nicht schief gehen. Aber das sind viele Plätze, wo das Boot auswassen muss. Ja, das wird gleich noch auf jeden Fall spannend und ich bin mal gespannt, was die Strecke noch an sich gibt. Wir sind die noch nie gefahren und mal gucken. Wie viele Kilometer ist das insgesamt? Ich habe gehört 35. Ich fahre das Halve Tocht. Ich habe sieben jungen bei mir. Ich fahre das bei mir. Ich fahre das mit einer Medischen Reden nicht komplett will. Wir fahren mit einem Stel Menschen den Halve Tocht vanaf der Dubbelensluis in Aaglo. Und das ist eigentlich gerichtet auf die Zukunft? Das ist gerichtet auf die Zukunft, weil wir hoffen, dass sie etwas älter werden und auch dann noch mehr fahren. Aber dann die ganze Tocht wollen varen. Ja, und was das für jungen? Und speciaal belangstellungen? Das sind jungen die einfach mit mir wollen, von 16 und mit 19 Jahren ungefähr. Und zwar noch mal. Das ist noch mal. Das ist hier auch noch mal. Das war's. Ich dachte, nicht mehr. Ich bese mal. Das ist auch noch mal. Was? Was? Das ist ja.